hallo leute und willkommen zurück zu minecraft let's play zum minecraft let's play er und diese die dieser part wird auch noch nach vertont beim nächsten ist das nicht mehr der fall wie ich im letzten part schon ansprach dass ich mir mw3 hole ja ich habe es jetzt seit heute dem 25 2 2012 ja ich habe es auch schon richtig gesuchtet mit kumpels werden immer diese mission überleben und wenn ihr bock habt könnt ihr mich ändern ich schreibe es dann mal in die kommentare meine all die und also im game und ja können wir mal zusammen zocken aber am besten irgendwie noch mit skype oder oder macht er mehr spaß hier packe ich jetzt gerade die kohle in den ofen in die öfen das war nicht wirklich schlau merke ich gerade da stelle ich gerade das glas her für 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 die fenster und ja also 2 mw3 ich wollte es eigentlich auch das plane habe zweimal versucht allerdings hat es irgendwie nicht aufgenommen mit raps und ich versuche es noch mal und dann werdet ihr ja sehen ob es funktioniert oder nicht ja und zocken du ist ja schon kampagne nicht nur angezockt also ich würde dann kampagnen erstellen und multiplayer mit meinem kumpel oder wenn ihr bock habt könnt ihr auch ruhig mitmachen das werdet ihr noch alles sehen und ja zum texter pick ich werde das ich habe das hier noch immer drinnen und ich glaube bis zum part 27 oder noch mehr habe ich das und 27 28 wenn ich viele haben schon geschrieben ja noch ein anderes texture pack dann sollt ihr auch mal eins vorschlagen und nicht einfach sagen ja noch mal irgendein anderes rein weil schlag was vor ein gutes und wenn ich ich probiere es aus und wenn es mir nicht gefällt mache ich es wieder raus aber ich werde wahrscheinlich dann ein paar mit machen also denn es ist richtig scheiße da schlag das fenster rein und hören das kommt stufen zum Spawner. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Die ID packe ich rein in die Beschreibung. Vielleicht kommt bald ein Real-Life-Kanal. Mal gucken, ob es wirklich kommt. Wenn ja dann mit einem Kumpel zusammen und ja, also das wird immer Videos. Ja, was für Videos eigentlich? Ja, in Richtung Comedy denke ich mal. Allerdings was genau weiß ich auch noch nicht. Das seht ihr dann ja. Aber ihr könnt auch ruhig Vorschläge machen, wenn ihr irgendeine gute Idee habt. Oder wenn ihr mal in einem Video dabei sein wollt oder ja. Ich guck immer wieder in diese Kisten rein. Und das bringt mir nix. Weil da nix drin ist. Ich trink mal eben was. So, schon besser. Jetzt mach ich mal ein bisschen schöner hier. Den Weg nach unten. Ich... Mir fällt grad echt nix ein, was man so überlebt... was man so sagen kann. Ähm... Wie ihr ja schon gesehen habt, habe ich die Last Place abgebrochen. Die Two-Gethers. Joa... Wir hatten ein neues Anfang. Ihr könnt ruhig... Also wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Müsst ihr mir nur eine PL machen und bitte... Also... Skype müsst ihr haben und... Am besten... Nicht mehr als vier Leute. Das wäre so... Am besten mal... Also ein Kumpel von mir macht auf jeden Fall mit. Mit dem ich auch MW3 spiele. Und Leute... Nein, das ist nicht Mini-Craftnik. Ach, da überlege ich gerade... Weil so... Ich würde den Kühe bis zum Zaun haben. Das weiß ich noch. Joa... Äh... Vielleicht werde ich auch... Einfach... Moment... Es ist aber noch voll früh. Halb neun. Also abends. So früh stehe ich ja nicht auf am Wochenende. Ähm... Was wollte ich sagen? Vielleicht werde ich auch noch... Äh... Äh... Ähm... Ich hab... Also wie gesagt schon MW3 alleine. MW3 zusammen. Vielleicht werde ich auch super Meat Boy... Let's Playen. Allerdings... Muss ich mir dann erst einen Controller holen. Ich glaube das habe ich in Part 27 auch schon für das gesagt. Wenn ihr noch eine Let's Play Idee habt, dann schreibt mir einfach auf dem Kanal unter diesem Video. So als PN... Ja... Schreibt einfach was für ein Game. Und was cool wäre, was ich das playen würde. Ja und wenn es mir gefällt, dann kann ich das tun. Was gibt es denn noch für Games? Ähm... Ähm... Also Shooter hätte ich dann zwei. Das würde eigentlich auch reichen. Vielleicht so etwas ähnliches wie Super Meat Boy. Oder... Oder... Hm... Irgendwas... Nee... Nix mit wie Zelda oder so. Das habe ich schon mal gezuckt. Ja... Also Zelda geht eigentlich aber... So... Ich weiß nicht... Ich reg mich um auch, wenn ich irgendwas nicht finde oder... Ja... Vielleicht irgendwas mit Mario oder... Ähm... SMW... Ähm... Ne... Vielleicht... Ähm... Ich überlege gerade hier mit mir selbst. Ähm... Terraria... Wenn ihr Bock habt, dass ich Terraria Let's Play, könnte ich das tun. Habe ich selbst noch nie gezockt, habe es auch noch nicht, aber... Ich habe schon mal Let's Play, sagen wir sie... Ja... Das geht eigentlich... Ich finde Minecraft jetzt besser, weil... Keine Ahnung... Aber... Ja... Terraria... Geht auch... Also wenn ihr es wollt, dann habe ich das. Hm... Oder halt noch andere Ideen. Oh... Da habe ich gefehlt. Cleansdown hin... Stufe... Hin... Äh... Also Leute... Nicht... Äh... Schon mal eine Vorwarnung... Der nächste Part... Ist Asynchron... Weil ich das... Also... Die Stimme habe ich mit Aura City aufgenommen und... Äh... Das... Vom Spiel... Äh... Mit... Flaps und... Hab das aus Versehen ein bisschen falsch geschnitten... Dass das... Gesagte zu früh kommt glaube ich... Oder zu spät... Und... Ich glaube zu früh... Naja... Seht ihr dann ja aber... Es geht ja eigentlich darum, was im Spiel passiert und... Es tut mir leid, wenn dieser Part hier gerade langweilig ist... Und... Ja... Mir fällt gerade nicht ein... Was ich sagen soll und... Und... Ja... Und... Zum Spiel kommentieren... Kann man jetzt auch nicht so viel... Hier ist noch mal der Spawner... Mach ich jetzt mal... Kavisto... Ne... Ich lass den da... Pfff... Achso... Da mach ich die Decke einhören glaube ich... Oder aus Cleanstone... Ja... Aus Cleanstone... Oh... Da hab ich mich verbaut... Oh... 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 Erde... Ah... Genau... Jetzt mach ich die ganze Decke weg... Weil da oben... Glaschen... Kommen... Soll... Oder schon ist... Ich weiß das jetzt gerade gar nicht... Ja... Der Part kommt auch noch heute hoch... Also... Am 25.02... Oder am 26... Also... Entweder heute morgen... Ich... Weiß es noch nicht... Leute... Ich werde gleich wahrscheinlich... MW3 zocken... Deswegen weiß ich nicht... Ob ich noch Zeit zum Brandern hab... Auf jeden Fall... Ja... Steam-ID packe ich in die Beschreibung... Und somit auch ja... CoD-ID... Und... Falls es euch interessiert... Wie ich das Game bekommen hab... Durch... Ein Kumpel von mir... Der auch... Also mit dem ich dann auch einen W3 zocke... Für nur 20 Euro... Haha... Ich hab Connections... Eigentlich 10... Aber ich muss 20 bezahlen... Das ist so unfair... Also Jero... Wenn du es siehst... Du bist böse... Naja... 20 Euro ist trotzdem voll wenig... Finde ich... Kostet der sonst eigentlich 60 oder 50... Ich glaub ich glaub den Boden... Jetzt weg... Oder? Nö... Dann nicht... Doch... Aber ich glaub nur die Mustoons... Na... Nur die Mustoons... Na ok... Dann... Alles... Jetzt hab ich ne Idee... Wie ich das da baue... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich eine Idee... Oder? also da habe ich erklärt dass in der richtung wo ich was habe ich da gemacht jetzt so schönes ich blick da gerade nicht durch ach so also da wo man zu dem spawner reinkommt soll was heinkommen und dann ein raum in die sonne nach unten geflossen werden da wo ich das loch im boden gemacht habe wer kommt da ein raum hin wo man auf die füße schlagen kann um die exp von denen zu fahren allerdings wäre ich das dann wahrscheinlich doch nicht machen weil ich lieber eine monster farm haben will jetzt eine exp farm also monster falle anstatt eine exp von weil dann bekommt man auch die items von denen ja und deswegen werde ich wahrscheinlich eine monsterfalle machen anstatt eine ep farm und wie die wird weiß ich auch noch nicht ich habe so eine auch noch nie gebaut und ja doch ein ich glaube einmal also das war's dann mal wieder vom part bis zum nächsten mal tschüss